Bleibt Russland im Würgegriff von westlichen Sanktionen, sodass da eine Erholung unmöglich ist? Oder ist das alles gar nicht so wild, wie wir uns das vielleicht denken? Und was macht das Ganze mit dem russischen Aktienmarkt, der ja immer noch günstig bewertet ist, und mit Einzelaktien wie zum Beispiel Gazprom? Das ist das Thema heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der G20-Gipfel, der ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, da war für die meisten Anleger interessant das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping, dem chinesischen Ministerpräsidenten, natürlich wegen dem Handelskonflikt. Was aber auch sehr wichtig war, es war ja auch ein Treffen geplant zwischen Donald Trump und Wladimir Putin und das hat Trump abgesagt, wegen der neuen Spannungen mit der Ukraine. Das war ein Affront natürlich und es zeigt uns gleichzeitig, das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, das ist schlecht nach wie vor und es wird auch eher noch schlechter. Der Ukraine-Konflikt, der hat sich wieder verschärft. Syrien ist auch nicht aus der Welt und es gibt auch einen neuen Konflikt, den INF-Vertrag, Mittelstreckenraketen, um die es da geht. Und natürlich das ganz, ganz große Thema in den USA, hat Russland die US-Wahlen manipuliert, hat es da eingegriffen oder nicht. Das ist den Amerikanern am wichtigsten, auch den Republikanern dort, das ist denen sehr wichtig, das macht die sehr wütend und da hat Donald Trump auch keine guten Argumente, um dagegen einzutreten. Und das kann durchaus heißen, auch nochmal neue Sanktionen, neue US-Sanktionen gegen Russland und vielleicht auch von der EU, vielleicht schon bald das alles oder zumindest im neuen Jahr dann. Aber was passiert dann? Bricht Russland dann zusammen? Die russische Wirtschaft unter der Last von neuen, noch härteren Sanktionen? Nun schauen wir uns die Sanktionen bisher mal an. Was ist das Wesen von diesen Sanktionen? Ich habe das hier schon mal angedeutet, in einem Beitrag, es geht da überwiegend um Sanktionslisten. Da sind drauf vor allem einige Unternehmen, ein paar Unternehmen, staatsnahe Unternehmen, staatliche Unternehmen, das ist eine Handvoll. Die steht auf den Sanktionslisten und dann noch kremlnahe Einzelpersonen, Chef von Rosniew, Chef von der VTB Bank. Vermögen werden da eingefroren. Man darf mit denen keine Geschäfte mehr machen, Einreiseverbote und so weiter. Das ist natürlich einiges, aber es ist jetzt kein Generalangriff auf die russische Wirtschaft. Das ist keine volle Breitseite, keine Handels-Embargos zum Beispiel oder sowas. Wenn wir es mal vergleichen mit den China-Strafzöllen der USA als Beispiel. Also in den USA momentan Zölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar. Das heißt, der Schaden, den China dadurch hat, der direkte Schaden durch diese US-Zölle, der ist viel größer als der Schaden, den jetzt Russland hat durch einige wenige Unternehmen, die auf Sanktionslisten stehen. Denn die USA packen eigentlich also China härter an als Russland momentan. Und dabei ist es nur offiziell ein Handelskonflikt. Aber trotzdem auch für Russland der Schaden, der wirtschaftliche Schaden durch diese Sanktionen, der war schon groß. 2014, also hier haben wir das russische Wachstum. 2014, Ukraine-Krise, erste Sanktionswelle und das hat sich schwer ausgewirkt. Mit einer gewissen Verzögerung. Es gab Panik an den Märkten, Kapitalflucht, der Rubel ist eingebrochen. Und dann vor allem 2015, da ist Russland dann so richtig abgerutscht in die Rezession. Wie man sieht hier, und es braucht dann auch fast zwei Jahre, bis es da wieder rauskommt. Und Aktienmarktseitig, hier haben wir den RTS-Index. Das ist ein Hartwährungsindex, Dollarindex. Bis Mitte 2014 ist alles relativ normal und dann haben wir aber einen scharfen Einbruch. Und der Index halbiert sich sozusagen. Und die Erholung, die fängt auch erst wieder so richtig an Anfang 2016. Also Wirtschaft war in einer schweren Krise und die Erholung ist bis jetzt auch noch eher moderat. Wir sind bei der russischen Wirtschaft noch weit davon entfernt von dem Wachstum, das es da mal gab vor der Finanzkrise zum Beispiel oder in den Jahren 2010, 2012. Aber das ist nicht passiert, weil die Sanktionen jetzt so hart waren insgesamt und weil die so breit gewesen wären und so viele Bereiche der russischen Wirtschaft erfasst hätten. Das haben sie ja nie getan, sondern das war der Schock. Das war der Schock dieser ersten Sanktionswelle. Man hat damals gemerkt, dass es ernst ist, dass es wirklich ein ernster Konflikt erstmals seit dem Ende vom Kalten Krieg und man hat nicht gewusst auch, wie geht es denn jetzt weiter, spitzt sich das weiter zu. Und die Reaktion an den Märkten und in der Wirtschaft und bei den Unternehmen, das war natürlich eine Panikreaktion. Es ist zum Beispiel immens viel Geld rausgeflossen aus Russland. Also eine Entwicklung, die völlig nachvollziehbar ist, aber sie ist eher psychologisch bedingt natürlich. Weil ganz konkret waren die Sanktionen ja nicht so, dass sie direkt einen riesigen Schaden angerichtet haben, sondern sie haben vor allem für große Verunsicherung gesorgt. Und da kann sich der Westen auf die Schulter klopfen in gewisser Weise. Da hat man mit wenig Aufwand viel Schaden angerichtet in Russland. Das war also hochwirksam. Aber grundsätzlich, und da kennen Sie meine Meinung vielleicht, grundsätzlich waren die Sanktionen nicht so brutal. Man war eigentlich erstmal vorsichtig, man wollte wohl auch vorsichtig sein. Und im Großen und Ganzen hat man Russland eigentlich, was die konkreten Sanktionen betrifft, immer in Watte gepackt eher und tut das auch jetzt noch. Das beste Beispiel, Gazprom zum Beispiel. Gewinnwachstum im dritten Quartal dieses Jahr. 93% auf 5,1 Milliarden Euro Rekordliefermengen, neue Rekordliefermengen nach Europa. Man hat jetzt auch die zweite Pipeline, Nord Stream 2, gemeinsam geplant, mitten in dieser Krise. Und die ist jetzt auch fast fertig. Und die Pipeline, die war unbedingt gewollt. Deutschland und Österreich wollten die vor allem haben. Und die Konzerne, die das Gas dann abnehmen natürlich auch. Und man hat es auch durchgedrückt auf Biegen und Brechen gegen Widerstände. Polen war schwer dagegen zum Beispiel. Die Ukraine war natürlich auch dagegen. EU-Kommission hat schwere Bedenken gehabt. Aber war egal. Bei all den Auseinandersetzungen, die Pipeline musste man auf jeden Fall haben. Eine Sache ist allerdings, da grätschen inzwischen die USA rein. Die haben natürlich überhaupt kein Interesse an russischem Erdgas. Wir schon und die USA haben auch angedroht, wenn man sich da weiterhin so abhängig macht, hier bei uns von russischem Erdgas. Dann könne das Konsequenzen haben, auch für die deutschen Abnehmer oder für die europäischen Abnehmer von dem russischen Erdgas. Es könne also Ärger geben. Es kann Ärger geben. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende wirklich schwere Konsequenzen hat. Dass es am Gasgeschäft in Europa viel ändern wird. Und dass es das europäische Gasgeschäft von Gazprom auch nennenswert in hohem Umfang beeinträchtigen wird. Am Ende, glaube ich, ist das relativ unwahrscheinlich. Es gibt hier zur Gazprom Aktien einen eigenen Beitrag. Können Sie sich auch mal ansehen. Und wenn Sie sich grundsätzlich interessieren für solche Themen, für solche Aktien, dafür gibt es den Zukunftsmärkte-Kanal natürlich und den kann man auch abonnieren. Und wenn Sie das tun, immer gleich die Glocke drücken. Dann kriegen Sie auch immer mit, wenn neue Beiträge kommen. Und abgesehen aber von Gazprom. Es ist ja auch grundsätzlich so. Der Handel mit Russland, der ist jetzt auch nicht eingebrochen oder sowas. Überhaupt nicht. Seit der ersten Sanktionswelle, wo das natürlich alles rückläufig war, steigt das Handelsvolumen mit Russland durchgehend. Wir haben im ersten Halbjahr ein Handelsvolumen Russlands mit den USA. Das ist gestiegen fast um 6% noch mal gegenüber dem Vorjahr. Russland ist immer noch einer der wichtigsten Handelspartner mit der EU. Das Handelsvolumen Russlands mit den USA ist sogar gestiegen um 8,5% in den ersten 9 Monaten. Und die Exporte Russlands in die USA im gleichen Zeitraum plus 14%. Und da kann sich Russland wirklich nicht beklagen. Und Russland hat dadurch gehabt in diesem Zeitraum einen Handelsbilanzüberschuss. Insgesamt von 170 Milliarden Dollar von Januar bis Oktober. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 70%. Die Exporte auch plus 28%. Insgesamt teilweise, weil der Ölpreis natürlich höher war. Aber ohne Energierohstoffe immer noch plus 10% gegenüber dem Vorjahr. Und der Leistungsbilanzüberschuss, der hat sich dadurch vervierfacht. Und das hat auch wieder ordentlich Fremdwährungsreserven gebracht. Die sind jetzt bei fast einer halben Billion Dollar und das bei einer Verschuldung in Russland, bei einer staatlichen Verschuldung von nur 13% vom Bruttoinlandsprodukt. Das Wachstum in Russland, das ist noch ein bisschen mau. 1,3% waren es im dritten Quartal. Aber die Industrieproduktion im Oktober, die ist schon wieder um 3,7% gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr Arbeitslosigkeit momentan auf Rekordtief bei 4,7%. Also es läuft nicht so schlecht für ein Land, das mit Sanktionen belegt ist. Und zwar mit Sanktionen sowohl der EU als auch der USA. Und wie sieht es beim Aktienmarkt aus, haben wir ja schon gesehen. Nach der ersten Welle, nach dem ersten Sanktionsschock auch wieder stark erholt vom Tief 2016 plus 80%. Das Ganze in Dollar, in harter Währung. Obwohl sich ja das Verhältnis zum Westen nicht großartig verbessert hat in der Zeit. Aber es gab eben seitdem erstens eine gewisse Immunisierung in der Wirtschaft gegenüber den Sanktionen. Und zweitens der Markt, der ist jetzt auch relativ abgebrüht. Da steckt man viel weg, wenn es um internationale Spannungen geht inzwischen. Und das tun vor allem die einheimischen Anleger, also die russischen Anleger. Und die halten momentan so 50 bis 60% der russischen Aktien. Und was wir auch sehen können, 2018 auch, da hat sich der russische Markt auch ganz gut gehalten. Er ist leicht im Minus zwar seit Jahresbeginn, aber war auch in Dollar eine der besten Börsen, damit weltweit bisher von den größeren Börsen. Das hat wieder auch mit dem Ölpreis zu tun, hat damit zu tun, dass man da relativ abgebrüht ist jetzt. Und russische Aktien sind auch immer noch sehr günstig. KGV im MSCI Russia, Durchschnitts-KGV liegt bei 6,6 momentan. Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,9 und die Dividendenrendite im Durchschnitt fast 6%. Also eine sehr attraktive Bewertung immer noch und das stabilisiert natürlich auch. Schauen wir uns dieses Jahr an. RTS ist ungefähr da, wo er Anfang Januar schon mal war. Wie gesagt, Ölpreis hat geholfen teilweise, wobei der Ölpreis ja auch die letzten drei Monate wieder unter Druck gekommen ist. Sogar ziemlich stark und das merkt man dem russischen Index jetzt nicht unbedingt an. Was man ihm aber schon anmerkt, es gab eben noch eine Sanktionswelle, noch mehr US-Sanktionen und das war im April. Und da ist der Markt schon nochmal eingeknickt, so um gut 10%. Und das war zwar wieder vorbei, schon nach ein paar Tagen, aber er hat das Niveau vom April dann nicht mehr erreicht dieses Jahr. Es ist jetzt also nicht so, dass man da gegen solche Einflüsse völlig immun wäre. Und was eben auch passiert ist im April, das ist die Aktie von Rusal, russischer Immobilienkonzern. Und der wichtigste Aktionär da, das ist Oleg Daripaska, ein russischer Oligarch. Der kam auf die Sanktionsliste im April und die Rusal-Aktie ist komplett zusammengebrochen. Und das ist der Chart aus Hongkong, weil in London oder in Frankfurt, da kann man die Aktie gar nicht mehr handeln seitdem. Da ist sofort der Handel eingestellt worden, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam aus Angst vor amerikanischen Sanktionen. Hier bei uns. Das Unternehmen gibt es schon noch natürlich, aber für einen Auslandsanleger, wenn er nicht in Hongkong wohnt, da ist es erstmal eine sehr schlechte Investition. Da ist das Geld erstmal weg und das kann eben auch passieren momentan. Und das war auch wieder ein Triumph für die USA, weil man hat wieder mit wenig Aufwand viel Schaden angerichtet, viel Vertrauensschaden, weil die Anleger wissen ja nicht, kommt sowas wieder und wen trifft es als nächstes. Es gibt schon Unterschiede natürlich bei russischen Unternehmen, wer da eher gefährdet ist und wer nicht. In der Tendenz, also ein staatlicher Konzern, ein Öl-Konzern oder ein Finanzkonzern ist wahrscheinlich eher gefährdet, als wenn man jetzt einen privaten Internetkonzern zum Beispiel hat oder einen privaten Klinikbetreiber, sofern die nicht ganz eng mit dem Kreml verwandelt sind. Aber grundsätzlich ist da natürlich durch solche Entwicklungen viel Vertrauen weg, gerade auch bei Auslandsanlegern und das natürlich auch zu Recht. So, was macht man jetzt als Anleger? Wagt man sich jetzt trotzdem nach Russland wegen der niedrigen Bewertungen? Ich werde das ab und zu gefragt, weil ja viele Anleger nach der ersten Sanktionswelle schon gut Geld verdient haben und weil man teilweise eben auch glaubt, das Sanktionsthema, das sei doch jetzt langsam durch am Markt. Und ich glaube schon auch, dass der Markt da auf jeden Fall resistenter geworden ist, der russische Markt. Und ich glaube auch, dass die Spannungen, das normale Spannungsniveau momentan den Markt nicht mehr so großartig belastet. Es sei denn, und das ist die Einschränkung, es sei denn, sie verschärfen sich jetzt nochmal und das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ich glaube nämlich auch, dass neue Sanktionen kommen werden. Und wir wissen nicht, wie stark kommt dabei dann auch nochmal der Finanzmarkt ins Visier. Man sagt zum Beispiel, die USA könnten verbieten als nächstes, dass russische Unternehmen Anleihen im Westen begeben, dass sie sich da im Westen finanzieren oder dass US-Anleger zumindest solche Anlegen nicht mehr kaufen dürfen oder ähnliche Dinge. Das trifft die russischen Unternehmen jetzt vielleicht nicht mehr so, wie es sie vor vier, fünf Jahren getroffen hätte. Aber solche Maßnahmen sind grundsätzlich denkbar und das sind Maßnahmen, die den Markt dann auch wieder treffen würden. Und das schafft ganz klar Risiken speziell für einen Anleger, für einen nichtrussischen Anleger, für einen Anleger aus dem Ausland, siehe Rusal beispielsweise. Ich würde somit sagen, also wenn man jetzt sowieso die politischen Vorlieben auch alle mal beiseite lässt, der russische Markt, grundsätzlich ist er attraktiv. Er ist natürlich günstig und der russischen Wirtschaft geht es auch nicht so schlecht, wie man das vielleicht manchmal sagt und glaubt. Aber die Risiken sind schon da und damit muss man umgehen können, indem man vielleicht zum Beispiel nur sehr wenig anteilsmäßig investiert in Russland. Also Anteil vom Depot oder indem man vielleicht die Entwicklung, wenn man das will und wenn man die Zeit dafür hat, ganz genau beobachtet oder wenn man seine Verluste eben immer stark begrenzt und so weiter. Also je nachdem, wie man da eben vorgehen möchte. Sie können auch, wenn sie ganz hart gesotten sind, einfach abwarten, bis dann vielleicht so eine neue Sanktionswelle kommt und dann kann man ja in Ruhe sehen, was richten die für einen Schaden an und danach erst einsteigen in der Hoffnung. So, jetzt wissen wir ja, was passiert ist und jetzt gibt es vielleicht nach diesem neuen Kursrutsch auch wieder eine Erholung. Also ich meine, vielleicht kommt es ja so. Es gäbe da natürlich einige Aktien, die fände ich auch durchaus interessant, aber wie gesagt, man muss das alles mögen und es ist nicht jedermanns Sache und die Risiken, die kann man auch nicht wegreden oder wegdiskutieren. Und das waren jetzt alles auch nur ein paar Aspekte zum russischen Markt. Wir können nie alles behandeln in der notwendigen Breite hier in den Beiträgen. Die Zeit vergeht sowieso immer sehr schnell, aber wir haben ja zusätzlich unsere Zukunftsmärkte-Reports. Die sind auch umsonst, die kosten auch nichts und da bringen wir viel von dem, was wir hier nicht unterbringen teilweise, mit Schwerpunkt interessante Märkte und vor allem eben auch interessante Einzelaktien aus den Schwellenländern. Also einfach anmelden beim Zukunftsmärkte-Report www.zukunfts-märkte.de Und hier auf YouTube, da schauen wir uns nächste Woche den chinesischen Immobilienmarkt mal an und wir stellen uns die Frage, platzt da vielleicht demnächst die größte und gefährlichste Immobilienblase aller Zeiten? Oder sind die Sorgen, die man momentan hat, komplett übertrieben und es tun sich dadurch vielleicht sogar Chancen auf für Anleger? In diesem Sinne, wenn Sie wollen, bis nächste Woche mit dem chinesischen Immobilienmarkt und ich bedanke mich bei Ihnen wie immer herzlich fürs Zuschauen.